So, 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 so. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Playstation-PSN-Freundessisten-Video. Mein zweites ist heute schon auf dem Kanal. Nur das eine musste ich wieder löschen, da ich einfach, ähm, ja, das eigentlich eine Testaufnahme war und nicht online geraten sollte. Wenn ihr das sehen solltet, also bitte nicht angucken. So, das ist mein echtes PSN-Freundessisten-Video. Ich habe nämlich ein neues Headset, ein sogenanntes Turtle Beach Headset. Und was mich ganz klar interessieren würde, was habt eigentlich ihr für ein Headset? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was für ein Headset ihr denn eigentlich benutzt. Wollen wir gar nicht mal so lange reden und einfach mal über meine Playstation 3 PSN-Freunde sprechen. Zurzeit habe ich extreme Internetprobleme. Also ich habe wirklich zurzeit Internetprobleme durch unser Internet, was von Vodafone kommt. Und natürlich extrem langsam ist. Ich habe eine ganz, ganz furchtbare Vermutung. Wir haben eine, ich weiß gar nicht, wir zahlen auf jeden Fall sehr viel Geld für diese Leitung. Aber ich glaube, dass diese Leitung weniger Leistung hat, als wirklich da, äh, draufsteht. Weil, das ist extrem langsam. Ich komme fast gar nicht in eine Black Ops Lobby rein. Und mir ist auch schon aufgefallen, dass ich eben 1,5 Sekunden Verzögerung habe durch das Schießen. Und aus dem Grund spiele ich eigentlich auch immer so schlecht in Call of Duty Black Ops 2. Das ist eigentlich der einzigste Grund. Nicht, dass ich einfach so schlecht bin. Nein, Mann, weil das einfach so ist, wie es ist. Gut, YouTube-PS3-Check können wir gerne mal machen. Da ist Montana Black 88 richtig korrekter Typ. Ähm, hat auch einen YouTube-Kanal. Einfach mal Montana Black 88 eingeben. Ihr werdet schon auf ihn irgendwann mal draufstoßen. Da ist auch noch der Agent 007 oder Woffor. Und, ja, noch ein paar ganze Leute hier. Gehen wir mal wieder hoch. Und, ähm, ja, besprechen mal, ähm, ja, mal die Lage, wie es eigentlich ist hier. Einer spinnt. Es ist so, wie es ist. Und, ja, Black Ops 2 geht nicht. Tut mir leid, Don Camora. Müssen wir mal andermal zocken, wenn mein Internet mal wieder funktioniert. Aber ich habe endlich ein neues Headset. Trattle Beach heißt das ganze Ding. Und zwar haben die das hier auch. Ja, das sind die Marios Mark 1904. Soweit ich weiß, haben die auch in Turtle Beach. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja, hoffe mal, dass ihr eins habt. Ich sage tschau, Leute. Haut rein. Ich bin weg. Bis dann. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Tschau.